Ey, ich hab echt Kohle. Ich hab Kohle, wie sauer. Das ist geil. Den könnte ich zum Beispiel nicht verkaufen, weil das ein Questgegenstand ist. Wie jedes Mal. Stahldolch. Willkommen im verpfändeten Pfiffer. Willkommen im Ver... Für manche ist es Ransch. Für mich sind es Schätze. So, das kann weg. Kein weg, kein weg. Komische Stahldolche. Braucht denn bitte sowas? Puh, was braucht man noch? Hm-mhm. Das wiegt alles so viel. Zum Glück kann ich wirklich sagen... Ja, ich schluck bei Sonstiges. Ja, ich hab hier ziemlich viele Sachen... ...die ziemlich schwer jetzt sind mittlerweile. Ja, Korundernbahn. Das war echt klar. Ja. Lederstreifen und so weiter. Hm. Was mach ich jetzt? Ich könnte noch ein bisschen umschliegen hier. Ich könnte noch ein bisschen umschliegen hier. Spuckstücke. Nur wegen dem heren arikonischen Handwerk, das ihr herstellen könnt. Ich morgens. Ich morgens. Ich morgens. Wollt wohl sehen, wie Balim und... ...ausgezeichnet. Danke. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ihr wünscht zu tun, was ich tue. Sehr gut. Oh, mein Gott. Schaut denn mal niemand zu mir in nächster Zeit? Ich will nicht, dass die Leute zu mir schauen. Puh, das ist jetzt echt blöd. So, bin ich denn immer noch sichtbar? Es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede... Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Das sieht mir ziemlich trickig aus irgendwie. So, was probe ich von dem Eisenbaum? Denkt daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt ihn unter... Was führt euch heute zu Baden-Mond? Eine Reparatur? Wollt ihr etwas kaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, erstmal Eisendäusche verkaufen. So. Jetzt habe ich jetzt, glaube ich, noch nichts mit Korundern. Denkt daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschendiebische Schlange. Wenn ihr mit den Schlössern herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt? Gut, jetzt muss ich auf alle Fälle mal nach oben, in die Magierakademie. Mit diesem Sergius-Reden und meine ganzen geklauten Sachen da mitnehmen. Die ich irgendwo in so einen bürmischen Schrank reingelegt habe. Ja, genau die. Ich habe lange keinen Drachen mehr gekillt. Ist mir aufgefallen. Ich habe aber die ganze Zeit nur damit verbracht, irgendwie zu leveln gerade. Finde ich da was drin? Jötz? Ne, nicht Jötz. L. Ah, ich muss da geradeaus. Hm. Mein Zimmer war auf der linken Seite gewesen. Also nicht hier. Ja. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Ihr wollt also die Arcanen-Künste meistern. Was will die jetzt? Ach, ich kann die ja sowieso nicht verkaufen. Ich habe ja nicht. Ich will ja nicht mit dem reden, sondern mit jemandem hier oben. Wo kann ich hin? Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lass euch von niemandem... Tee. So. Jetzt dürft's hinhauen. Hier dürft ihr die Person finden, der ich diesen Gegenstand bringen muss, der verzaubert werden muss. Die hiesigen Nord können... Ah, ja. Danke. Ich werde mir das Objekt gleich vornehmen. Ich brauche noch ein paar Materialien. Könntet ihr mir dabei helfen? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich brauche noch fünf Stück. Ich brauche noch fünf Stück. Wenn ihr die auftreiben könntet... Sehr schön. was braucht ihr denn die Seelenstein gewöhnlicher Seelenstein winziger, gewöhnlicher winzig, winzig gewöhnlich, gewöhnlich klein so, was können wir jetzt wieder verzaubern oder was entzaubern ey genau, der wird entzaubert was hätten wir denn hier nach Pokanglas, nö Seelensteine, gewöhnlicher und 3, ja das ist gut das braucht man nicht goldene Diamante als Kette Alter, die sieht es gut magiker Regeneration, ne das braucht man jetzt eh nicht magiker verstärken und herstellen goldene Diamantring und dann nochmal was zum verbessern yeah was hätten wir noch, kleiner Seelenstein okay wo sind denn hier nochmal ein paar Seelensteine haben die die, wird er aufgefüllt oder was ist denn hier passiert ist ja mal echt cool zack, 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 einfach alles mitnehmen hier das ist ja mal echt geil ja und die Sachen mit den Feuersalzen, ich hoffe ich finde da guten Ersatz für hm 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 Anfälligkeit für Magie oh bevor ich es noch vergesse magiker wiederherstellen so magiker magiker oh Feuersalze brauchen wir für andere Sachen also dann Feuerresistenz nehmen und das noch dann dieser komische Trank, was auch immer das bringt uh wieder einmal was verbessert was haben wir noch so vergegenstände, die wir miteinander vermischen könnten mit Biene Biene wird damit ver- ach komm so Salz und was ist denn hm das war jetzt die letzte Gelegenheit, schade fuh 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 fuh